Jo yeah und willkommen zurück zu The Lord of the Rings Heroes of Middle-Earth. Ich habe jetzt ein bisschen weiter gelevelt, auch im Playbook, ich meine natürlich in der Kampagne. Ein paar weitere Kapitel abgeschlossen und sehe, hier ist jetzt so ein Event und das wollen wir mal claimen bzw. einfach mal den aktuellen Stand abchecken. Also das ganze hier ist mein erstes Event, steht hier auch so. Und ja, das ist halt zeitlich basiert. Man hat ich glaube eineinhalb Stunden Zeit. Das kommt, ich weiß nicht, ob es ab Level 8, 9 oder so kommt. Und ja, da muss man halt einfach mehrere Sachen abschließen. 10 Kampagnenmissionen, 6 Gier, also Ausrüstungsteile ausrüsten und Charaktere fünfmal hochleveln. Das ist alles ganz easy gemacht und lässt sich innerhalb von 2-3 Minuten abziehen. Na klar, abgesehen jetzt von den Kampagnenmissionen. So, und dann kriegen wir hier oben ein bisschen was. Ja, ist jetzt nicht besonders viel, aber ein bisschen Kampagnenenergie, die ich vielleicht auch mal bald aufbrauchen sollte. So, und hier sehen wir auch schon direkt das nächste. Das heißt, die gehen immer schön nacheinander. Ähm, ja. Und dann sollte man sich vielleicht ranmachen, die immer durchzukriegen, weil wir hier jetzt zum Beispiel auch ein paar Spitter vom Meriadoc Brandebuck bekommen von The Shire. Und ja, man will ja seine Charaktere immer möglichst aufstocken. So, und hier werden dann auch immer Events angezeigt, wenn sie aktiv sind. Dann ganz wichtig, was ich euch noch zeigen wollte, ist, dass Goals hier, hier seht ihr jetzt klar, deutlich weniger als, ähm, ja, zu Beginn noch eine, ähm, ja, Goalreihe, Zielreihe hat, wo man 40 von dem Frodo bekommt, die man natürlich möglichst schnell abschließen sollte, damit man den Charakter freischaltet und dann dementsprechend mehr Charaktere in seinem Kontingent besitzt. Äh, den habe ich auch jetzt schon aufgelevelt. Das ist nämlich ein T2-Charakter. Und, ähm, ja, somit ist der schon ganz gut, würde ich sagen. Also, gut ist immer relativ natürlich, aber die anderen sind T1. T1 ist ein Stern. Das Ganze geht bis T7. Vielleicht gibt es danach noch Relikte oder sowas. Und ja, das kann ich auf jeden Fall noch empfehlen. Ähm, ja, Objectives gibt es hier unten noch. Die sollte man auch definitiv, ähm, ja, erfüllen. Ähm, das ist dieser eine, den ich auf einen Timer gesetzt habe. Hier Chest. Und in einer Stunde geht der wieder. Genau. So, ähm, aktuell bin ich jetzt in der Kampagne bei der zweiten, beim zweiten Buch, oder wie wir das hier nennen. Ich nenne das, ja, zweites Kapitel bin ich jetzt bei 2.6. Wenn ihr irgendwie Interesse daran habt, na, ist ganz cool gemacht hier mit diesem Panorama hier, ähm, dann kann ich gerne auch noch irgendwie die Kämpfe hier zeigen. Aber ganz ehrlich, es ist einfach nur die Charaktere hochleveln, ein bisschen Equipment und dann auf Autoplay lassen. Also, Autoplay, mittlerweile geht das auch ganz easy. Äh, gehen wir mal einfach in die neue, in den neuen Fight rein, sagen wir mal hier. So. Sam, what is it? I don't know, but I suddenly feel afraid. I thought something was creeping up the slow. I see something. Black shapes moving this way. The enemy is here. Oh no. Oh no. A dirty word. So, hier sehen wir, ich habe jetzt 5 Charaktere. Da oben ist dann immer ein Platz für einen, ja, Kampagnencharakter, Extracharakter. Aber ein Squad besteht aus 5 Charakteren. Ähm, ähm, na. Da will ich euch noch ganz kurz was zeigen, was man unbedingt mit bei den Kämpfen berücksichtigen sollte. So. Okay. Ja. Oh, nice. Oh, Helbereth. Geht so, und hier. Nämlich können wir, also gut, zum einen The Witch King Blackwater. The Black Bees from this groove. Black Dockies. So, äh, nämlich können wir, ähm, Speed auf 3 setzen und auf Auto und dann macht der alles automatisch. Und da ich den jetzt sowieso anvisiert habe, greifen die jetzt den so lange an, bis der weg ist. Und da würde ich immer sagen, sollte man auch schon selber mit mal rüberschauen, weil manchmal greift der eine dann den an, der andere den nächsten. So. Der hat jetzt am wenigsten. Den wollen wir jetzt schnell besiegen, damit, äh, dass logischerweise immer weniger Gegner werden. Ja, gut. Jetzt hat der... So. Okay. Gut. Bleib mal auf dem drauf. Und dann geht das eigentlich easy. Da muss man sich jetzt nicht um die Fähigkeiten kümmern und was nehme ich und was hier und da. Nehmen dann automatisch die Special Attacks. Uh, lala. Das sah geil aus. So. Und dann der nächste ist auch gleich weg, denke ich. Ah, ich hoffe, er kriegt keinen mehr von mir down. Gut. Bam! Nice. Ganz nice. Master Frodo is wounded. He is not slain, but we must make haste to it until before they return. Bam! Die ist immer noch gestorven. Bam! Es gibt ein Ring. Nice. Okay. Genau. Das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Und deswegen kann es sein, dass man mal auf Autoplay spielt und der dann drei Sterne macht und mal nur zwei, weil der hier jetzt keinen Fokus hatte und dann haben die fünf Gegner die ganze Zeit noch überlebt und konnten alle weiterhin Damage machen und bringt ja nichts, wenn man fünf Gegner auf 20% hat statt nur keine Ahnung drei auf 70 oder sowas. das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen. So als kleinen Quick-Tip zu Events und zur Kampagne. Hier gibt es noch eine kleine Inbox-Mail, die wir haben. Powerful gut. Klein. Gut. Schön. Leaving the Shire. Auch wieder fünf Stück. Gerne pausieren, wenn ihr das sehen wollt. So. Okay. Und weitere Special irgendwas. Fünf Kristalle wieder. Sehr gut. So. Gut. Okay. Ich überlege mal, vielleicht sind wir gleich sogar Level 10. 100 fehlen uns noch. Wenn wir jetzt noch zwei, vielleicht, keine Ahnung, ein paar extra Fights machen hier. Jetzt haben wir den hier. 71. Machen wir Auto-Win zwei Stück. So. Dann können wir uns nämlich gleich das nächste schon mal angucken. Dann muss ich keine 500 Videos machen. Oder vielleicht sollte ich das trotzdem machen. So. Müsste ich nicht eigentlich jetzt... Sollte ich nicht 70 kriegen? Okay. So. Ab Level 10 gibt es Gilden. Ab Level 25 die PvP-Arena und ab Level 16 Supplies, also Lieferungen. So. Was haben wir hier? Events 30 Sekunden noch. Ah, okay. Doch, ein bisschen mehr. Okay. Dann war es das mit dem Quick-Tip. Ihr könnt mich, wie gesagt, gerne adden. Einfach meine Li-ID oder Code nutzen. Also einfach reinkopieren, nach meinem Namen suchen, wie auch immer und gerne adden. Ich nehme euch gerne alle an und dann sehen wir uns im nächsten Part. Kommt auf meinen Discord-Server. Ladet euch das Game gerne mal runter. Ich habe ein Tutorial dazu gemacht. Dazu auch ein Video hier verlinkt und kommt gerne auf meinen Discord-Server RemusGT Hashtag 3009 oder den Link in der Beschreibung nutzen. Wir sehen uns im nächsten Part. Kommt ihr abonniert und ciao. Nein, Merlin.